G-T9 und dann Ignaz der Letzte, der kommt jetzt heran. Ignaz G-T9, alle drin in den Boxen, sechstes Rennen, www.galoppen.de-Rennen, Start an der 1950 im Metermarke und die Pferde kommen hier zum ersten Mal am Publikum vorbei. Adexa an der Innenseite hat hier die Spitze gleich übernommen, dahinter sieht man gleich Ignaz in vorderer Linie, der sich hier mit dazu gesellt, an der Innenseite die Farben von Highland Fighter, Tech Dream in vierter Position, der Favorit Pleasant Pathfinder befindet sich auf dem fünften Platz, Flamehawk ist dann dahinter auszumachen. Mal sehen, hinter dem Feld sauber, hinter Kate und hinter Singspieler die drei letzten Pferde. Die Gegenseite kommt in Kürze, die wird gleich erreicht sein, vorne weiter Adexa mit der Spitze, Adexa im Vorteil, Ignaz dahinter, Highland Fighter dichter auf Tech Dream, Platz vier, der außen marschiert, Pleasant Pathfinder und Flamehawk sind dann die nächsten mit Singspieler dahinter. Dahinter, ja hinter dem Feld, sauber im Moment, Kate in vorletzter Position, wird schon schwer geschoben. Ausgangs der Gegenseite, Adexa marschiert, Adexa innen, Adexa mit Ignaz, Highland Fighter dritter und dicht dabei ist Tech Dream auf dem vierten Rang mit dabei, Pleasant Pathfinder und Flamehawk sechster, der Rest weit zurück. Gerät hier schon unter Druck, also die haben nicht mehr viel anzubieten, denke ich. Adexa vorne, Adexa führt, Ignaz bleibt dabei, innen Highland Fighter, dichter bei Pleasant Pathfinder, Tech Dream dazwischen und dann sieht man die Rennfarben von Flamehawk im Einlauf, Adexa marschiert weiter, Adexa innen, Ignaz, Highland Fighter, Pleasant Pathfinder, der kommt jetzt ins Rennen und der rückt auf den zweiten Platz und der macht sich auf die Verfolgung, Adexa hat noch einen Gegner zu fürchten und der hat einen Namen, der heißt Pleasant Pathfinder, der kommt immer stärker, immer zwingender auf, Adexa noch vorne, aber mit zunehmender Distanz ist Pleasant Pathfinder zur Stelle, mit Robin Weber hat er jetzt den Vorteil an der Außenseite errungen, Pleasant Pathfinder gewinnt, vor Adexa, Kampf um das dritte Geld, Flamehawk holt den dritten Rang, Ignaz vierter, vor Highland Fighter, dahinter dann Tech Dream und Außen sauber, weit vor, Singspieler und Kate war am Schluss des Feldes und bleibt auch Letzte im Ziel. Der vorläufige Richterspruch Dortmund, sechstes Rennen, Sieger die 1, Pleasant Pathfinder, auf dem zweiten Platz die 6, Adexa, dritter die 3, Flamehawk, auf dem vierten Platz die 5, Singspieler und dann fünfter die 2, Highland Fighter, vorläufig 1, 6, 3, 1, 6, 3, vorläufig.